Hallo Leute und willkommen zu einem Video, das wahrscheinlich für euch alle wichtig ist, denn YouTube hat mal wieder richtig scheiße gebaut. Okay, das tun sie ziemlich häufig, aber diesmal haben sie sich total verkackt, wie mir YouTube teilweise wirklich auf den Sack geht und ist als YouTuber. Auf jeden Fall, euch wird aufgefallen sein, dass euch ungefähr nur noch die Hälfte der Videos angezeigt wird, von den YouTubern, die ihr auch abonniert habt. Es war ja eine Zeit lang so, da hat das Feed nicht funktioniert. Das bedeutet, ihr habt gar nichts mitbekommen. Also ihr habt nur Sachen mitbekommen, die, sagen wir mal, 48 Stunden her waren. Vorher wurden euch die Videos nicht angezeigt. Und jetzt ist es eben so, dass es absolut random ist, was euch angezeigt wird und was nicht. Und es gibt eine Methode, wie man das unter Kontrolle bekommt. Und zwar geht ihr entweder hier auf meine Abos oder geht hier oben drauf und dann auf Abos. Kommt eigentlich aufs selbe drauf raus. Dann kommt ihr hierher, dann müsst ihr hier oben auf Abos verwalten. Das kann sein, da steht bei euch ein bisschen mehr oder weniger. Und dann müsst ihr hier alle auswählen, Aktion, nur Videos im Feed anzeigen. Sobald ihr das gemacht habt, wird das hier aktualisiert. Und jetzt sind hier überall Häkchen. Ihr könnt da ein paar Häkchen rausmachen, wenn ihr wollt. Und sobald ihr das gemacht habt und wieder auf eure Startseite geht, werden euch wieder von allen YouTubern die Videos angezeigt. Das kann sein, das dauert immer kurz, bis es sich aktualisiert hat. Aber dann funktioniert es auch wirklich wieder. Es ist natürlich immer noch zufällig, was jetzt oben und was weiter unten angezeigt wird. Aber euch werden die neuen Videos überhaupt wieder angezeigt. Ich hoffe natürlich, dass ihr dieses Video überhaupt findet, weil wie erwähnt, es ist momentan absolut verpackt. Man reicht mit seinen Videos überhaupt nichts mehr. Es gibt so gut wie keine Möglichkeit, seine Abonnenten zu erreichen. Und dadurch, dass das Feed auch immer noch so verpackt ist und man einfach keine Nachrichten rausschicken kann, noch sonst irgendwas, hoffe ich, dass ich trotzdem mal ein paar Leute erreiche. Und ich bin jetzt wirklich niemand, der irgendwie aufrufgeil ist. Also das werdet ihr auch sehen, ich werde dieses Video extra nicht monetarisieren. Aber schickt das Video einfach mal ein paar Leute, damit die einfach sehen, wie das funktioniert. Dass man wieder alle seine YouTuber sieht. Weil Pilofas und ich haben da schon drüber geredet und mit anderen YouTubern habe ich auch geredet. Die regen sich einfach alle drüber auf. Weil es absolut unnötig ist. Und da gibt es auch Abonnenten, die dann kommen. Oh, was, du hast drei neue Videos hochgeladen, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Naja, auf jeden Fall, wenn möglich, schickt das Video an ein paar Leute, wo ihr wisst, dass sie dasselbe Problem haben. Und ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn es Fragen gibt, schreibt mir mal in die Kommentare, sofern sie sinnvoll sind und ich sie beantworten kann. Ich bin kein YouTube-Supporter, aber wisst ihr, was ich meine. Werde ich sie auch beantworten. Dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und ciao Leute.